Die Büste der Nofretete mit der französischen Feindschaft im Ersten Weltkrieg zu tun hat. Wenn es um den Umgang mit Kunstwerken in Kriegszeiten geht, was ja relativ zentral ist in meiner Forschung, da kommt man schnell zu Archiven, die man als Kunsthistoriker eher nicht besucht. Also polizeiliche Archive, Kriegsarchive, Archive des Auswärtigen Amtes. Die Geschichte von brutalen Aneignungen von Kunstwerken wird immer mehr, glaube ich, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Wir können keine Kunstgeschichte oder ohne Geschichte des Kunsthandels schreiben, weil die Kunst immer auch ein Produkt gewesen ist. Also meine Damen und Herren, ich habe es ja heute mit den Ausstellungen, schon zweimal habe ich auf Ausstellungen angespielt, die waren aber in Berlin. Also es war eine Ausstellung in Berlin, da, wie Sie alle wissen, die DFG eine ur-rheinländische Institution ist, muss nun auch mal von Bonner Ausstellungen die Rede sein. Wer also das Glück hatte, vor einigen Jahren in der Bundeskunsthalle in Bonn die Ausstellung über Napoleon Bonaparte Traum und Trauma zu sehen oder im Observatoire de Paris die viel beachtete Ausstellung über die Brüder Humboldt, der ist bereits in einer gewissen Weise mit der Arbeit von Frau Savoie vertraut, denn diese beiden Ausstellungen wurden von ihr konzipiert und kuratiert. Das zeigt, Frau Savoie gehört zu jenen Forschenden, die in ihrer Arbeit Wirksamkeit in der kulturellen Öffentlichkeit und historisch-methodische Selbstreflexion aufeinander zu beziehen wissen und die beides auf einem gleichermaßen virtuosen Niveau tun. Wir ehren mit Frau Savoie heute eine Kunsthistorikerin, die in Paris und Berlin in Germanistikgeschichte und Kunstgeschichte ausgebildet worden ist und seit ihrer Berufung an die TU Berlin im Jahre 2003 der Kunst- und Museumsgeschichte in vielerlei Hinsicht völlig neue Wege gebahnt hat. Dabei durchbricht sie immer wieder die gesetzten Rahmen gängiger Forschungsdebatten, öffnet sie ihrer Disziplin neue Horizonte, indem sie ihre Fragestellungen stets in einem ungemein weitgespannten Rahmen historisch-systematischer Forschung situiert. Schon ihre zweibändige Doktorarbeit über den napoleonischen Kunsthaupt in Deutschland von 1794 bis 1940 ist dafür ein Musterbeispiel. Auf Grundlage breiter empirischer Quellenarbeit und mit großer analytischer Virtuosität erzählt sie hier die weit verzweigte Geschichte von Kunsteroberungen in den deutschen Ländern und wirft sie nebenbei ein differenziertes Epochenbild französisch-deutscher Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 2003 in Frankreich erschienen, hat diese Pionierarbeit der Kunstgeschichte ganz neue Fragestellungen und Forschungsoptionen eröffnet. Nicht zuletzt deswegen, weil sie die kunsttheoretischen Implikationen und die bis in die gegenwart reichenden Folgen der musealen Beutezüge Napoleons, weil sie die systematisch mitreflektiert. Nicht weniger wichtig, nicht weniger originell sind auch Frau Savoas jüngere Arbeiten zur Geschichte der Neufretäte in Berlin zur Raubkunst seit dem Zweiten Weltkrieg und zur Geschichte des Museums. Das Museum gehört übrigens zu den Forschungsinfrastrukturen, um das nun mal beiläufig hier einzufügen. Also Arbeiten, die sich um eine transnationale Erweiterung der musealen Sammlungsgeschichte bemühen und die dabei gleichermaßen durch einen souveränen methodischen Zuschnitt wie durch eine elegante Weitläufigkeit bestechen. Kein Zufall also, dass auch ihr neues Buch über Paris als Hauptstadt der deutschen Romantik mit ziemlicher Spannung, nicht nur von den Germanisten, mit ziemlicher Spannung erwartet wird. Neben der Forschung sind auch die Lehre und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zwei besondere Anliegen von Frau Savoas. Rund 20 Doktoranden, Postdoktoranden, Mitarbeiter arbeiten an ihrem Lehrstuhl und werden von ihr vorbildlich gefördert. Vor zwei Jahren hat sie, 2013 hat sie zudem den Preis für vorbildliche Lehre an der TU Berlin erhalten. Nun, liebe Frau Savoas, bekommen Sie also auch in Anerkennung Ihrer Leistung als Forscherin einen Preis, wir ehren Sie als eine der international renommiertesten Vertreterinnen der Kunstgeschichte und zwar in der Hoffnung, dass der Leibniz-Preis Ihnen die Freiheit geben möchte, auch in Zukunft der Kunstgeschichte neue Wege zu bahnen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus 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 Vielen Dank.